Nachdem die Fed gestern mitgeteilt hat, dass der Leitzins bei 5,5% bleibt, ist der Markt so richtig durch die Decke gegangen. Nach einer langen, ruhigen Phase gab es wieder sehr schöne Preisanstiege. Wir hatten allein heute locker 20 verschiedene Charts bei uns in der Discord-Gruppe, wo Preisziele erreicht wurden. Die Einstiege in den letzten Tagen und Wochen haben sich also definitiv gelohnt. Heute werden wir über einen dieser Werte sprechen und zwar eine meiner Lieblingsaktien in der aktuellen Marktphase. Es handelt sich hierbei um die Tesla-Aktie. Bei Tesla haben wir nämlich in den letzten Monaten so ziemlich jede Trendwende perfekt getroffen. Heute ist die Aktie dabei nach oben auszubrechen. Darum werden wir darüber sprechen, wie es hier kurzfristig weitergehen könnte, aber auch über die mittel- und langfristige Preisentwicklung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du unter dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und dann würde ich sagen, quatschen wir nicht länger rum und starten mit der Analyse. Los geht's! Wie bereits erwähnt hat der Markt die Zinspause gestern sehr positiv aufgenommen. Der US-Dollar ist nach unten ausgebrochen und das hat den gesamten Markt schön mit hochgezogen. Heute sind die Aktien wieder so ein bisschen in einer Korrektur, aber gerade im Big-Tech-Sektor sticht eine ganz besonders raus. Und zwar die Tesla-Aktie mit knappen 4% im Plus im Moment. Freut mich persönlich ganz besonders, denn gestern beim Tesla-Dip um 17.28 Uhr habe ich bei uns im Discord geschrieben, dass ich noch einmal Tesla nachgekauft habe und im Notfall sogar bei 196 US-Dollar noch einmal nachkaufen würde. Wir befanden uns genau an der 200-Tageslinie und genau an diesem Punkt habe ich Tesla nachgekauft. Ich bin ja hier bereits einmal eingestiegen, aber gestern meine Long-Position bei 229 US-Dollar, also nochmal vergrößert. Und die Preisentwicklung seit meinem Kauf ist mehr als perfekt gelaufen, denn Tesla ist jetzt knappe 9,3% im Plus. Aber heute wollen wir wie bereits angekündigt darüber sprechen, wie es bei Tesla weitergehen könnte, ob man hier jetzt investiert bleiben sollte, irgendwo ein Stop-Loss setzen sollte und was so der mittel- und langfristige Ausblick ist. Darum zoomen wir auf dem Tagesschart mal raus und schauen uns die übergeordnete Struktur der Tesla-Aktie an. Ich habe ja bereits erwähnt, Tesla gehört im Moment zu meinen Lieblingsaktien. Wieso? Weil ich bei Tesla ein sehr großes Potenzial sehe für die nächsten Wochen und Monate. Ich bin ja hier schon seit einer längeren Zeit bullish, wenn wir uns zum Beispiel mal den Chart vom 2. November anschauen. Schon da bin ich davon ausgegangen, dass wir hier mittelfristig aus dieser Bullenflagge nach oben ausbrechen werden. Wir hatten damals hier ein kleines Fake-Out unter die 200 US-Dollar, haben aber einen Support gefunden bei ungefähr 193 US-Dollar und konnten das Ganze somit als einen bullischen Fake-Out werten. Seitdem war ich eben bullisch eingestellt, bin ja zu diesem Zeitpunkt schon in Tesla drin gewesen, denn nachdem wir hier oben verkauft haben, hatten wir hier die bärischen Preisziele, wo ich persönlich gekauft habe. Habe ich damals ja auch so bei uns im Discord geschrieben. Klar, es waren jetzt für den einen oder anderen nicht ganz einfache Tage, als es bei Tesla hier weitere 9% nach unten ging, aber so ist es nun mal im Trading. Es ist fast unmöglich, den perfekten Punkt zu erwischen, so wie ich das gestern zum Beispiel getan habe. Da ist auf jeden Fall auch Glück dabei. Klar sind wir technisch davon ausgegangen, dass es hier weiter nach oben gehen wird, aber ob der Preis jetzt genau bei 229 oder 224 oder vielleicht sogar 218 US-Dollar drehen wird, das kann man natürlich nicht zu 100% wissen, denn wir haben keine Glaskugel. Ich habe einfach in einem Bereich nachgekauft, wo das Ganze charttechnisch auch wirklich Sinn macht und wie wir sehen, hat sich das gelohnt. Tesla ist aktuell am Ausbrechen. Darum wollen wir jetzt mal schauen, wo die nächsten Widerstände sind, wie man sich hier absichern könnte, wenn man bei uns im Discord ist und diese Kaufbereiche genutzt hat und wie weit Tesla in den nächsten Wochen und Monaten noch steigen könnte. Das Allerwichtigste beim Trading ist das Risikomanagement und aus diesem Grund wollen wir zuallererst darüber sprechen, wie man sich in diesem Long Trade absichern könnte. Denn wer die Zielbereiche genutzt hat, der dürfte schon ein gutes Stück im Profit sein, sollte sich also definitiv absichern, im Falle, wenn es hier mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, aber potenziell möglich nach unten gehen wird und wir überraschenderweise einen massiven Abverkauf sehen sollten. Natürlich ist das nicht mein Primärszenario, denn ich bin, wie gesagt, bullisch eingestellt, aber es gibt eine Restwahrscheinlichkeit dafür, dass es hier stark nach unten gehen wird. Zum Beispiel ein Black Swan Event, von dem wir aktuell noch nicht wissen, wer weiß, was auf der Welt so alles passieren könnte. Und dafür kann man eben diese rote Linien auf meinem Chart nutzen und es hängt davon ab, wie viel Risiko ihr bei diesem Trade eingehen wollt. Wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der kurzfristig investiert ist und ein geringes Risiko haben möchte, vielleicht sogar mit mir zusammen gestern in diesem Preisbereich eingestiegen ist, derjenige könnte sich unter dieser ersten roten Linie ausstoppen lassen, falls es hier überraschenderweise nach unten gehen sollte. Das wären 221 US-Dollar, denn das wäre so die erste Marke. Falls dieser brechen sollte, würde ich hier schon wieder kurzfristig von einem bärischen Szenario ausgehen. Langfristig wäre es allerdings noch nicht gefährlich. Langfristig würde es hier erst dann gefährlich werden, wenn wir die 193 US-Dollar und 80 Cent unterschreiten würden. Das ist also die zweite rote Linie auf dem Chart. Wenn wir unter dieses Preislevel fallen sollten, dann würde ich dieses komplette bullische Szenario absagen und wir würden davon ausgehen, dass es hier zu einem stärkeren Abverkauf kommen würde, und zwar locker mal 20 bis 30 Prozent. Das heißt, hier möchte man mittel- und langfristig nicht drin stecken. Nachdem wir uns gegen die Risiken abgesichert haben, können wir uns jetzt das Upside-Potenzial angucken. Wie ich bereits erwähnt habe, befand sich Tesla hier in einer Bullenflagge, und zwar einer Bullenflagge nach einem impulsiven Anstieg. In der Formations-Chart-Technik gibt es aus so einem Pattern ein bullisches Preisziel, und zwar ergibt sich das, wenn man diese Länge hier unten ansetzt, dann sehen wir, dass Tesla bei einem erfolgreichen Ausbruch aus dieser Bullenflagge ein Potenzial bis an das Preislevel 350 US-Dollar hätte. Das wäre also vom aktuellen Preislevel nochmal ein weiterer Anstieg von ungefähr 37 Prozent. Ich persönlich nehme solche Preisziele gerne zur Orientierung, die ergeben aber nicht meine fixen Preisziele, die ich den Discord-Mitgliedern weitergebe. Da reicht es leider nicht aus, einfach so eine Linie einzuzeichnen und zu sagen, okay, genau bei 246 US-Dollar werden wir verkaufen. Das geht leider nicht, aber die genauen Preisziele werden wir hier auf jeden Fall noch definieren für diejenigen, die sich für Tesla interessieren und hier investiert sind. Kurzfristig würde ich hier definitiv mal die Widerstände beachten, die bei Tesla ab einem Preis von 268, 270 US-Dollar anfangen. Denn hier haben wir zum einen natürlich hier das letzte Hoch aus dem Oktober 2023 und ganz wichtig übergeordnet, diese absteigende Trendlinie, die man hier vom Allzeithoch ziehen kann. Das Allzeithoch lag übrigens bei knapp 414 US-Dollar. Vom aktuellen Preis sind wir also noch ungefähr 63 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Und da wir wissen, dass Tesla den anderen Big Tech-Kollegen noch ein gutes Stück hinterherhinkt, einige von denen haben ja bereits ein neues Allzeithoch gemacht. Tesla ist noch deutlich unterbewertet, meiner Meinung nach. Und genau aus diesem Grund habe ich mir bei dieser Aktie in diesen Preisbereichen auch weiterhin Positionen aufgebaut, während ich bei anderen bereits Profite genommen habe. Aber wenn man sich eben die Big Tech-Kollegen anschaut und die Performance dieser Aktien, dann würde ich auch bei Tesla es für sehr realistisch halten, dass wir in die Bereiche des Allzeithochs kommen und möglicherweise sogar das Allzeithoch durchbrechen werden. Das heißt spätestens, wenn wir diese rote Downtrend-Linie nach oben durchbrochen haben, wie gesagt knappe 270 US-Dollar, haben wir hier ein neues bullisches Signal, dann steht eigentlich nichts mehr im Wege. Und dann können wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es bei Tesla zu diesem weiteren 63-prozentigen Anstieg kommen wird. Falls wir hier nach oben ausbrechen, wird es auf dem Weg nach oben natürlich immer wieder kurzfristige Preisziele geben, die wir bei uns im Discord definieren werden. Zum Beispiel die 300 US-Dollar, aber auch ein wichtiger Widerstand bei 311 US-Dollar. Das im Moment aber nur ganz grob. Die genauen Preisziele werden, wie gesagt, noch definiert. Wir können auch hier einmal kurz das Fibonacci-Tool nehmen und schauen, wo denn das wichtige 1,618 der Fibonacci liegt. Und da sehen wir, es liegt bei 363 US-Dollar. Die Aktie hat also reichlich Platz nach oben, wenn es über diesen Widerstand drüber gehen sollte. Darum sollten wir uns aus kurzfristiger Sicht vor allem auf den Preisbereich zwischen 266 und 270 US-Dollar fokussieren. Hier wird es nochmal sehr spannend, denn es ist ein wichtiger Widerstand und Tesla könnte hier nochmal stärker nach unten hin rejected werden. Falls wir es aber über den Widerstand drüber schaffen, dann können wir einmal tief durchatmen. Gegebenenfalls den Stop-Loss nachziehen, um noch mehr Gewinne zu sichern und die Aktie ab hier einfach weiterlaufen lassen mit dem Ausblick, dass es hier nochmal 60% weiter hochgehen könnte. Natürlich kann sich das Ganze in den nächsten Tagen und Wochen noch ändern. Ich berichte nur das, was wir aktuell an charttechnischen Informationen da haben. Sollte sich etwas ändern, werde ich dir natürlich wie immer bei uns im Discord Bescheid geben. Gehen wir nochmal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart. Ich gebe dir hier nochmal einen kleinen Hinweis und zwar, wenn wir so schließen sollten, wie wir jetzt gerade stehen mit der heutigen Tageskerze irgendwo im Preisbereich 250, 255 US-Dollar, wäre es sehr wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Tagen noch einmal runterkommen, um diesen alten Widerstand als Support zu bestätigen und von hier aus weiter nach oben steigen. Das wäre potenziell nochmal eine Einstiegszone. Wichtig wäre aber, dass wir diesen Support halten und nicht mehr in die Bullenflagge reinfallen. Das heißt, alles unter einem Preislevel von 240 US-Dollar wäre schon ein erstes negatives Signal. Da müsste man sich Tesla nochmal etwas genauer anschauen. Aber das war es auch schon, das heutige Update zur Tesla-Aktie. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir eine Sekunde Zeit nimmst, um einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn du hier täglich auf dem Laufenden bleiben willst, was Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffe angeht, dann folge sehr gerne dem Link in der Videobeschreibung zu unserer Discord-Gruppe. Als VIP erfährst du immer, wann ich persönlich kaufe, wann ich Profite mitnehme und wo unsere nächsten Preisziele liegen, ob es jetzt eine Tesla ist, eine andere Aktie oder vielleicht eine Kryptowährung. In diesem Sinne wünsche ich dir aber noch einen schönen Abend, bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf diesem Kanal. Das war es von mir. Ciao, ciao!